Gibt es eine Brücke, von der man freie Sicht auf den Schreien des Sturms hat. Das Omen kommt von dort. Lange hat mein Orden der See gelauscht, um unsere Schiffe und unser Volk zu führen. Es war ein sanftes Raunen, das nur wenige vernahmen. Mit der Zeit wurde das Raunen lauter, gebieterisch, drohend bisweilen. Wir haben versucht, uns dagegen zu wehren, ihm zu widerstehen. Aber ich fürchte, wir haben versagt. Mögen die Gezeiten und... Brüder und Schwestern, seht uns! Das ist unsere glorreiche Bestimmung. Diese Dinger sind Cathir. Sie kommen aus den dunkelsten Tiefen des Meeres. Viele halten sie nur für Legenden. Geschichten, die davor warnen, mit unserer Magie zu große Tiefen zu spähen. Wenn sie unter uns wandeln, ist die Flotte... Steht euch bein, für die Sturmwacht! Benötigt ihr mich? Die Strömung bleibt gezeigt. Diese Bastarde werden für das bezahlen, was sie getan haben. Für Andersson! Für das Sturmsamtal! Samuel, nein! 2-1-1-9-3-2-3-1-2! 2-1-5-1-4-5-10s! Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hör den Ruf der Tiefe! 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 Hör den Ruf der Tiefe!